Jo Freunde, was geht ab? Ich hoffe euch geht's gut und haus hier. Ich befinde mich hier in der neuen Küche, also in der neuen Wohnung. Nehmen wir euch mal mit. Direkt, also zwei Tage haben wir für die Bewohnung gebraucht, Freunde. Mal kurz hier die Briefe umdrehen, dass man das nachher nicht sieht, wenn ich die Küche zeige. Direkt in der neuen Küche angekommen. Also wir sind eingezogen, schon länger. Aber wir hatten keine gescheite Küche, Freunde. Und jetzt haben wir eigentlich eine Küche bekommen. Der Mann kam am Montag, genau. Er hat bis Dienstag gebraucht, bis zum 12, 1. Ich sagte noch mal, wo kann man vorher? Ich kann aktiv am ersten Tag schon kochen. Gerade die Küche schon haben, Freunde. Direkt kochen natürlich ist es mit Ei. Das ist noch ganz normales Ei, Freunde. Mit Brot und Salat. Hier. Schön. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr es richtig macht. Abgucken wir nicht. Ja, Ei, wie eben Salat. Da liegen halt ein paar Zettel. Das ist nicht so wichtig für euch, weil sonst gibt es da Probleme. Wir müssen uns schnell beeilen, Freunde. Freunde, das putze ich hier schon. Auf jeden Fall kommen wir, Freunde. Sehr schmackhaft. Also Lüfter am Anfang. Will man überhaupt eins? Kommt da was? Das war schon etwas besser. Genau. Hier den Kühling. Waschmaschinen. Äh, Spülmaschinen. Also damit man nicht immer das Geschirr selber von Hand anwaschen. War schön, dass wir das da machen. Hier die Wasserananas. Ich glaube auch ein Zeif und so rund. Ein Lappen. Der Backofen. Den habe ich immer geliebt, ne? Mit alten. Auch den alten noch genommen. Muss ich mal kurz hin, meine Freunde. Äh, ja. Ich zeige euch einfach mal, was da wo reinkommt, weiß ich nicht. Also hier ist glaube ich schon mal ein bisschen. Das hat mein Vater organisiert. Boah, hier kommt auf jeden Fall Besteck, Alter. Also das ist das schon mal hier. Also hier kommt so, das ist jetzt nicht so wichtig für euch, Freunde. Das sind jetzt zwei Zettel drinne. Warte, ne. Jetzt zeige ich es mir sicher nicht, bevor wir noch das Schlimme ankommen. Also das ist genau die, äh, also die Schublade ist genau wie da. Also anders drinne. Das sind jetzt wichtige Dokumente drinne, also Briefe, die es da in der Wohnung hat. Und da steht nur mal ein... Und auf das habe ich kein Bock, dass es da nachher im Theater gibt. So, hier kann man auch aufklappen, aber langs dazu machen, Alter. Jetzt knallt es uns, Alter. Boah, richtig Kühlschrank, Alter. Monster unten hier am Start. Die, Sars, Cola, Ananas. Das ist auch nice, Alter. Guck mal, so sieht es von ganz weit aus, Alter. Ihr wisst, Freunde, ich habe immer hier einen Tisch, ja. Und habe immer hier weg Sachen gemacht, ja. Ja, im Moment sieht es richtig Sauerei aus. Aber es muss noch alles rein. Dies, das, Küche putzen und, ja. Das muss halt leider alles gemacht werden, Freunde. Jetzt schauen wir, was das Ei hier macht. Oh, ficken, Alter, darf ich nicht verbrennen hier. Mal das Ei hier umdrehen, hier. Boah, das sieht schon knallig aus, Alter. Schon braun. Salz, Pfeffer haben wir schon drin. Ja, ich denke, das kann man lassen, Alter. Wir können uns auf eine geniehende neue Wohnung vorbereiten. Und... Ich freue mich, Alter. Riesig. Boah, da habe ich mich ein bisschen verspritzt. Wo? Ich denke, so ein, zwei, du bringst das schon noch mal. Und dann passt das. Haben sie auf jeden Fall richtig spritzig gemacht. Ja, das ist so die Küche. Hier kann man auch drei einstellen. Ja, was halt so in der Küche wisst, aber das ist halt so eine kleine Küchenruppe. Hier, das Fenster. Kann ich euch auch noch schnell zeigen. Hier, wie ist das? Da geht es raus. Das ist schon aktiv. Ich freue mich. Und auch immer hier beugen. Da haben wir jetzt mit Optik getreten. Oder mit Optik. Kann man lassen. Also. Wenn euch das YouTube-Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, Freunde. Macht einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meilen. Wenn nicht, macht einen Daumen nach unten. Und ich sage... Büs, Freunde.